willkommen zu einem neuen video aus dem o game universum la serta das ist jetzt die 28 woche hier da kann man das sehen 28 woche mit jetzt 182,2 millionen punkte wieder über sieben millionen pro jahr pro woche gemacht das liegt daran dass ich hier oben jetzt alle ja quatsch metallminen auf 42 habe und eben die kristallminen alle auf 33 gezogen habe das wollte ich ja so machen die öko ein bisschen fördern das habe ich jetzt getan und in einem tag und 15 stunden beziehungsweise fast 16 stunden wird dann mein intergalaktisches forschungsnetzwerk dann fertig sein dann werde ich auch hier meine ressourcen erst mal verbauen nämlich auf dem neuen planeten der dann erst mal ausgerüstet werden muss mit dem forschungs labor was dann auf 18 gezogen wird vielleicht sich dann auch alle anderen noch mal auf 19 weil ich habe die ja gerade im moment aber mal gucken und dann wird eben eine ja sagen wir mal neue forschung in auftrag gegeben da muss ich doch mal gucken was das denn genau sein wird kommt eben halt darauf an wie meine ressourcen dann ausschauen favorit wäre hier plasma da reicht natürlich das kristall dann nicht würde ich dann noch mal die hälfte an kristall dazu kaufen müssen deutlich habe ich auf jeden fall genug das ist kein problem andere idee wäre hier natürlich auch computertechnik brauche ich eigentlich unbedingt habe immer zu wenig slots kennt man aber das ist halt einfach zu teuer im moment das ist echt zu teuer und ich habe halt auch nicht genug metall um das alles umzutauschen das habe ich so jetzt nicht naja andere alternative wäre hier natürlich noch hyperraum technik war auch wieder kristall und dort ist kein problem aber gut okay ich hoffe mal dass ich hier das zusammenkriege dass ich hier dann noch mal 500 millionen an kristall irgendwie mir handeln kann dann in ein paar tagen und dann wird wahrscheinlich plasma 19 in die labore geschoben werden das ist dann einfach so gut okay also wenn man das dann hier angucken kann mit dem tracker kann man sich dann genau angucken so sieht das jetzt hier aus alle min 42 33 34 schnitt und das bedeutet eine produktion von 4,1 34 und so weiter naja das ist völlig in ordnung so und da soll es dann vielleicht auch noch ein bisschen weiter gehen in zukunft nachdem die labore jetzt also ich spare jetzt erstmal ich mache es die nächsten paar tage erstmal keine punkte und sammle das erstmal so zusammen damit ich dann was in die forschung geben kann und dann eben auch die forschungs labore bauen kann deswegen wird das erstmal jetzt da so ja das ist das ist glaube ich der wechseln kann das was ich auch nicht egal gut okay also mehr gibt es da im moment so nicht zu sagen also die ja es geht weiter ohne ende nur so wie wir es halt kennen die kommen gleich zurück mal gucken ob wir noch irgendwie beim händler es abholen können ja schön das können wir mal gebrauchen und dann geht das weiter also auch dieses wochenende wie gesagt ein tag 15 stunden das wird dann am 7 uhr 30 am sonntagmorgen sein ja gut okay ob ich dann direkt am rechner bin 7 uhr 30 morgen mal gucken aber am sonntag wird dann der letzte planet hat auch noch mit seinen forschungs laboren und ausgebaut werden so hier da der gerade mal eins die alle sind alle auf 18 genau dann wird er auch ausgebaut werden und dann läuft das auch weiter ja im moment nicht viel zu tun bisschen sammeln ein bisschen verbauen und wenn das dann gebaut ist dann kann man natürlich auch überlegen aber dann hier noch mal bei den kristallen wie noch mal einen drauf packt oder so die sind jetzt nicht so teuer das ist alles noch drin das würde auch wieder eine woche dauern bis ich die dann durch habe aber ich muss natürlich gucken ob ich dann vielleicht mit teil ein bisschen kristall um handel weil hier 500 das reicht jetzt hier gerade mal für für drei oder so für drei vielleicht für vier kristallen wie vom kristall immer so und also deswegen muss ich da mal gucken ob ich das irgendwie hinkriege aber die öko muss noch weiter gepusht werden oder ich baue hier die 42er aus da könnte ich jetzt eine davon bauen und ja mit teil also mit teil ich gehe voll auf mit teil weil ich das schön traden kann und somit wir alles andere handeln kann deswegen weiß ich nicht ob das überhaupt sinn macht die weiterhin auszubauen oder nur auf mit teil zu gehen und da alles zu holen aber naja gut okay schauen wir mal das war es ein kleineres kürzeres video um euch auf den stand zu bringen wie das ausschaut und dann kann das in weiter wir können aber kurz gucken ob hier die expedition ein bisschen was ergeben haben ein bisschen flotte hier das teil habe ich gekriegt würde hier ist nix doch ein bisschen kristall und das war es dann gut okay alles klar also ich wünsche euch ein schönes wochenende und dann bis zum nächsten mal fragen sorgen nöte anträge allen alles in die comments rein und dann bis zum nächsten mal tschüss